Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Folge, also nicht nur eine, sondern wieder eine kleine Staffel würde ich sagen. Foodtruck Simulator, der eine oder andere, der uns ja seit etwas längerem verfolgt, weiß schon ungefähr, was da jetzt vorkommt, weil das ist ein Demo-Donnerstag-Spiel von mir. Ja, das war glaube ich mein erstes Demo-Donnerstag-Spiel, was ich angezockt habe und mir hat es tatsächlich mal eigentlich ganz gut gefallen und das hat jetzt Release. Deswegen dachte ich mir, kaufst du das schon ein Stück und präsentiere euch das. Ich hoffe, wir haben zusammen ein bisschen Spaß damit. Leider kann ich nicht fortsetzen, deswegen müssen wir leider von vorne anfangen. Also, die Leute, die das schon mal gesehen haben, Demo-Donnerstag, tut mir leid, schaut einfach die zweite Folge wahrscheinlich an. Für alle Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, erstmal, hallo, ich bin erstmal Crazy Weasel und willkommen jetzt mal auf unseren schönen AKW-Cabbing-Kanal, die ist ja vergessen, die Anbau, haben alles neu jetzt und sind nix altes. Deswegen, der Anfang müsste eigentlich gleich sein. Deswegen bin ich jetzt nicht so historiert, sag ich jetzt mal. Und wo ich schon dazu mal... Oh, doch, neuer Anfang. Nee, doch nicht. Nee, das gleich. Nee, das ist der letzte Kompatition, er war gesund genug, um zu participate in. Hm, at least hat er noch eine letzte Kompatition. Und jetzt, was? Der Truck ist ein Schuss. Vielleicht gibt es etwas in diesem Album, ich kann mich nutzen, um zu helfen. Dad war immer so gut an das. Nur ich kann die Truck, er sagte, nur ich kann die Truck, er sagt. So, deswegen werden wir wahrscheinlich ein bisschen schneller hier durchgehen können. Ähm, PC benutzen. Anpassen. Auch schon wieder ein paar Tage hier, wo ich gespielt habe oder angezuckt habe. Mal rot. Klar mag sie das, unser Truck. Die kleine Layout. Äh. Wir hatten. Wir hatten, glaube ich, das, ne? Nee, das. Das. Ich mag Pommes. I need Pommes. Zum Glück ist aber alles gratis. Sehr schön. Ich schätze mal, hier hat sich nichts verändert. Genau, am Anfang machen wir mal Grills. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir wirklich gar nichts angeguckt. Ähm, ob wir wirklich später dann irgendwie, ähm, noch andere Sachen kochen können. Lieber kriegen wir, glaube ich, drei Rezepte waren es dazu. Oder vier sogar. Vier sind wir jetzt. Und ich kam dann dazu mal schon nicht klar. Deswegen wird bestimmt lustig. Oh, jetzt sind hier so eine, so eine Dinge hier drin. So eine Schubladen. Äh. Komm mal raus. Schau dir das Album an. Bevor wir nicht rausgehen. Okay, Sammlung. Ja. Dann können wir unseren Truck nicht dann weiter schicki machen. Ah, kiket mal. Kiket mal. Ich glaube, das war bei der Demo nicht dabei. I don't know. Also Hamburger Pommes ist okay. Aber dann gibt es noch Pizza und dann gibt es nachher noch Sushi. Aha. Tutorials. Kann man sich... Achso, nee. Ist das denn nur Bilder? Ja, dann gibt es halt nur Bilder. Finde den Stadtplan in der Garage. So, hier war eigentlich nix. Deswegen Schlagzeug kennt man ja von Gas Station. Das ist ja der gleiche Hersteller. Feuerlöscher benutzen. Kannst du jetzt nicht benutzen. Ich glaube auch, warum man den jetzt noch nicht benutzen kann. So. Nimm ich einen kleiner Tipp schon mal vorweg von mir. Überall in der Stadt sind nämlich so eine... ja, äh, Updates verteilt. Wo ihr euer Truck mit dann, ähm, ja, woanders aussehen lassen könnt. War irgendwas mit schnell laufen? Nee, man kann doch nicht mal springen hier. Okay. Ich mich wundert, dass hier so ein... Keine Musik in den Hintergrund läuft. Sondern einfach nur so ein Rauschel, als ob es eine Autobahn ist. Und wo wir einfach, seht ihr ja gleich, dahinter ist eine Ecke irgendeine Pischstraße sind. Hier war, glaube ich, gar nix. Hier war dann nachher das Öl. Wie, der kann ist da für Öl? Da kommen wir noch zu. So. Achso, jetzt ist das, was ich gerade angesprochen habe. Einfach, äh, Sammlerobjekte in der Stadt. Ah, okay. Jetzt ist auch etwas kleines Areal. Das war dann etwas größer. Okay, das muss man jetzt wahrscheinlich dann erfahren oder hinfahren. Ähm, wie ein bisschen baut das Radio-Info-Chuck ein. Aber das ist Klara's Nachschub. Da kaufen wir mich doch gleich ein. No business, brauchen wir nicht so Radio-Einräume. Mach' ich denn das? Äh. Ich drücke linke Maustaste, warum passiert nix? Button, Button, Button. Achso, Musik dafür. Achso. Dann auch wieder das Radio ein. Aktualisieren. Radio. Ja, okay. So ein bisschen GTA-haft drüber, aber ist egal. Da ist die Klara. Klara, du. Okay, gut, dass ich rausgelaufen bin. Everything's on the house at the moment, but remember that this is a very important part of your day. Genau, das ist, finde ich, ein bisschen komisch. Du musst davor deine Einkaufsliste machen. Ähm, und dann zu ihr fahren. Panik dazu mal ein bisschen komisch, weil hier rechts habt ihr die Einkaufsliste, was ihr jetzt machen müsst. Wie's nachher aussieht, weiß ich nicht, wenn man dann wirklich hier, äh, komplett nur Geld verdient oder sowas. Ähm, aber man kann sich jetzt die Sachen hier angucken. Man kann sogar ein Fleisch drehen, super. Stimmt. Stimmt, Stimmt, Stimmt. Stimmt, umso schneller man da ist, und dann kriegt man irgendwie Rabatt oder sowas, genau. So, aber jetzt läuft gerade Musik. Musik. Warte mal gucken, gibt es, gibt es hier den Punkt, wenn ich schneide, ich das einfach gleich raus. Ähm, Ton. Ist die Musik, den gehen wir frauen oder nicht? Da steht hier leider nichts. Naja, fahren wir erst mal raus. So, es gibt es glaube ich zwei Ansichts, etwa Handbremse. die Graphite hat sich aber auch doch ein bisschen noch verbessert, muss ich sagen. So, M ist Map, ist ja klar. Man konnte doch noch Fahrersicht machen, war denn das die M ist Map. Ah, C, okay. Man hat irgendwie so nur so eine Fahrersicht. Äh. Fall mal so ein bisschen rum. Oh, Alter, ich habe grün. Nein, ah ne, scheiße, da war der Kreisverkehr, oder? Oh, ja. Bus only. Wir sind Bus. Wir haben grün. Upen kann ich noch nicht. So, den überfahren wir nicht. Da ist nämlich Chinatown vor uns. Oh, läuft doch mal schneller. Ha? Upen? Geht nicht. Okay, driften geht auch nicht so wirklich. Wir haben grün. Gehen wir einfach fahren. Ganz ehrlich, wenn ich so einen Food Truck habe, oder hätte, ja auch nice. Gas Station jetzt da, ich glaube, das war vorhin nicht so. Der Weg hat sich auch ein bisschen, ein bisschen, war irgendwie kompliziert dazu, Clara hinzufahren. Bin ich mir nicht irre. Halte eh gedrückt. Na klar. was du brauchst, ich will dir nur helfen, so viel wie ich kann. Be careful, wo du dein Essen schnittst. Freshness ist sehr wichtig, zu der Qualität von deinen Ingredienern. Und es reduziert schneller oder schneller, depending auf, wo du sie schnittst. Genau. Das habe ich am Anfang auch nicht so wirklich mitgekriegt. Ich hätte nämlich alles irgendwie in Regal gemacht. Jetzt sagte die aber. Kann man die nicht wieder übereinander machen? Ich mache das auch automatisch. Gibt Bands auch im Kühlschrank? Seit wann das denn? Buns can easily go on your shelves. Achso, rechtsklick und dann auf Regal. Man kann echt nur vier übereinander machen? Das ist ja doof. Da ist ein Fragezeichen. Da ist ein Fragezeichen. Kann ich hier nur aussteigen? Wie kann ich hier aussteigen? Jetzt habe ich Mucke angemacht. Scheiße. Alles gute Mucke. Mache ich jetzt Radio wieder aus? Oh, lecker. Irgendwie aussteigen, da ist ein Fragezeichen. Wahrscheinlich dann dieses Häuschen drin, aber ich kann wahrscheinlich nicht aussteigen, weil ich noch zu mir am Anfang bin. Machen wir alles noch. So, wie mache ich jetzt hier Radio aus? Handbremse, Radio wechseln, Radio-Menü. Ich weiß nicht, ob die GEMA-frei sind. Ich lasse das mal. Wenn ihr kein Metal hört, dann seid ihr bei mir ein bisschen falsch. Kreisverkehr so rum? Hohoho. Also wenn ich GEMA-freie Mucke ist, muss ich mir die holen. Klang gerade cool. So, das kenne ich hier auch noch. Und jetzt wird's kompliziert. Also so kam ich dann teilweise nicht klar, wenn da nur fünf Beschädigungen gleichzeitig kamen. Unser erster Stand im Park. Hoho. 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 Oh, schön sauber machen. Hygiene ist alle. Hallo. Schon die erste Bestellung hier? Was? Clever. Ich weiß, das kann ein bisschen überwältig sein. Aber keine Angst. Ich werde helfen. Danke, Clara. Das fühlt sich sehr. Erstens. Hör auf die Radio. Es wird alles viel besser machen. Hör auf. Hör auf. Geht, glaube ich, noch nicht. Tadaa. Ach, jetzt sind der hier im Spiegel. Das ist auch neu. Das ist hier neu. Das hier jetzt dran steht. Das ist neu. So, äh, was wird der Erste? Äh, ihr müsst mich auch drauf achten. Fleisch gut durchbraten. Gut durchbraten. Das, das, Alter. Bloß, der Erste war gleich mit Bacon. Das war, glaube ich, in der Demo nicht so. So, Burgerbox. Muss ich gedrückt halten? Burgerboxen. Hier kannst du weitere Burger. Achso. Sonst war es immer so, dass du Burger hier rauf machst. So, ich habe jetzt vergessen, Tomaten zu schneiden. Scheiße. Beende zuerst aktuellen Auftrag. Wie ist es so? Ja. Legt doch mal ab. Ähm, da wollte ich Fleisch gut durchbraten. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Muss ich sagen. Jetzt kann ich das hier reinmachen, oder was? Nein. War ich da meine Bands? Ach, hier drüben? So. Ich muss doch das zurechtschneiden. Hä? Nimm das vielleicht schon Grill, habe ich. So, also, okay. Ich muss hier alles einzeln machen. Okay. Äh, gut durch. Das war am Anfang nicht so. Äh, bei der Demo. Jetzt muss ich erst mal die Tiere unternehmen. Ähm. Did you? Gut durch. Siehst du, das, das ist jetzt wieder... Eigentlich kein Spiel für mich. Ähm. Ach, jetzt gibt es hier verschiedene Messer auch noch. Ach, leg mir mal. Okay, bislang nur eins. Halt. Ähm. Ich will jetzt nichts ausrüsten. Ich will... Gut, wo ich das nicht runternehmen. Ach, guck mal, das mich per Hand runterlässe. So, Gas. Gas sparen. Ähm. Das war jetzt die Tab. Ähm. Gott, wie fand das denn? Wieder ein Messer und Werkzeug aus. Verwende A und D. A und D für Messer zu drehen. Verwende E und Q um Kamerawinkel zu ändern. Drücke linke Maustaste, um zu schneien. Wenn du fertig bist, drücke rechts. Ach ja, stimmt, so geht das ja. Und Q und W war so, okay. So, die sollen auch knusprig. Und remember, the bottom bun always goes first. In the meantime, why don't you start cutting the tomatoes? Oh, yeah. Woher seh ich denn, dass die... Ich hab ja schon Tomate draußen. Und ich bin mal gespannt, ob sie mich erhört haben. Dazu mal. Was ist jetzt hier oben, was ist unten? Nein, kann ich noch nicht. Achso, jetzt muss ich hier mal das Messer auswählen. Äh. Du kriegst, glaub ich, eh nur vier Scheiben hier raus, wenn ich mich nicht irre. Deswegen ist eigentlich... Scheißegal. Genau, du kannst nämlich nur vier Scheiben hier raus machen, okay. So, das Problem jetzt ist, die bleiben jetzt hier liegen. Du hast jetzt hier... Das wäre jetzt geil, wenn du hier so eine kleine frische Theke hättest, wo du die Sachen dann wie Salat oder sowas dann da einfach reinmachen kannst, dass du früh morgens die schneiden kannst und dann zack. Ähm. Ja, ich weiß schon, was ich meine. Ich wollte jetzt gerade wieder zwei Sachen gleichzeitig so... War es jetzt eigentlich egal, oder muss ich die Rennfolge hier einhalten, die hier steht? So, Fleisch. Dann wieder Bacon. Äh, Tomate. Käse. Käse. Äh, nee. Kriegt er halt jetzt darauf die Tomate. Zack. Und da ist das Geld. Siebzehn, oh süß du. So, jetzt ist aber die Scheiße. Jetzt geht's los. Ja. Ja, tauch mal rum. Dankeschön. So. Schau mal hier in der Box auf. Next. Keine Zeit für einen Stock Kaffee. Ohne Bestellung. Ich bin schon angezeigt. Klasse Burger Premium Cheeseburger. Die will gleich zwei. Okay. Ähm. Zweimal Fleisch. Nee, Burger waren jetzt... Äh, ist irgendwas mit Bacon. Ja, einmal mit Bacon. So, Bans waren jetzt hier. Jetzt musst du erst mal die... Oh, jetzt musst du erst mal die dummen Tomaten hier runter machen. Ähm. Fleisch und Medium. Einmal Medium. Ach, einmal Fleisch. Ähm. Warten wir einmal hier mit Medium ab. Medium. Nein. Messer. Links. Durchschneiden. Rechte Maustaste. Zack, Ruff. Zack, Ruff. Medium. Äh, wie wir so einen Speck haben. Auch Medium. Scheiße. Speck Medium. Gut durch. So, habe ich einmal gut durch. Burger Bans. Knusprig. Knusprig. Zack. Medium. Zack. Äh. Das ist Auftrag 2. Ähm. Achso. Bans. Äh. Alter, Alter. Warum heiken wir so ein Spiel aus? Sieht doch... Äh. Da wieder. Zack. Eins. Zwei. Das soll auch knusprig. Äh. Das haben wir, das haben wir Scheimkäse. Einmal Scheimkäse schon mal. Ja, Hände sind voll. Ähm. Der will Fleisch gut durch und zwei Bans. Fleisch gut durch. Und zwei Bans. So. Ähm. Bick dich mal da hin. Äh. Halt. Das war hier. Medium. Ne. Scheiße. Dezai-Kid. Fuck. Muss ich das hier jetzt nehmen. Das ist auf einmal hier gut durch. Jetzt habe ich das falsch genommen oder was? Fleisch gut durch. Fleisch gut durch. Ach. Ähm. Ähm. Speck. Der Speck. Da ist der Speck. Wäre ein bisschen heller die Fläche hier. Das wäre ein bisschen cooler. Käse. Zack. Zack. Das war jetzt Aller 2. Zack. Fertig. 27 Euro. Basistrinker 3 Euro noch was. Zufrieden. Äh. Fleisch gut durch haben wir. Und das Band haben wir noch nicht. Cool. Danke. Cool. Ja. Ach. Jetzt wieder hier. Äh. Äh. Zack. Kann immer nur ein Teil nehmen. Neue Bestellung. Ähm. Da kommt noch jetzt noch Käse dazu. So. Ein paar Packungen. Ich hoffe man kann, wenn man alleine spielt haltet, am Anfang hier ein bisschen vorschnüppeln, dass man hier schon alles auf dem Tisch hat. Ähm. Doppel. Doppeldecker. Ach. Ehe. Medium. durch. Cheeseburger war einfach nur Fleisch. Käse. Das war jetzt Auftrag 3. Tschüssikowski. Gehe. So. Wird aber langsam dreckig hier. So. Zweimal Fleisch. Ja. Dankeschön. Beehren sie uns bald wieder. So. So. Ähm. Einmal Käse. Tomaten haben wir noch. So. Medium. Medium. Gut durch. Medium. Medium. Gut durch. Achso. Buns wieder. Das ist ja trotzdem mal da meckert, wenn ich das auserwählt habe. Äh. Zack. So. Medium. Aber noch nicht ruf, weil wir brauchen ja noch die Brötchen. Medium. Medium. Das wollte er gut durch. Bestellung 3 oder 4 oder 5, was wir jetzt schon machen. Aham. Big Burger. So. Knusprig. Äh. Fleisch. Fleisch. Big. Gut, dass wir vorgeschnippelt haben. Tomate. Käse. Oh, das wäre jetzt was hier worden. Das war jetzt Auftrag 4. Ist da drüben. Ich. Willst du wissen, was das für, für, für eine Reihenfolge da ist? Ob das egal ist oder nicht? Wir sind Level ab. Great job, kid. I knew you could do it. Äh. Roh und knusprig. Ich hab ein neues Gerät. Super. Machen wir später. Jo, auf zu labern. Ich hab hier noch Zukunftschaft. Du brauchst neue Sachen für das, doch. So, I left you a little something at your garage. Another Gift? Ich hab, ich versteh jetzt gerade gar nichts. Shush, now. Fleisch roh. Fleisch roh, ihr braten. Bacon durch. Ist der nicht gleich. So, Fleisch roh. Fleisch roh, ihr braten, kommt bestimmt dann, oder? See you soon. Fleisch roh. Fleisch roh. Fleisch roh. Also, Bacon und Tomaten vielleicht nicht, okay. Bacon will er aber gut durch haben. Kriegen wir hin. Dann haben wir, glaube ich, schon, kommt eine neue Bestellung dazu. Öh. Tagchen. Das ist ein Jot-Journal. Ah, weg damit. Musch mal hier lese. Ich hab mir vorgestellt, dass ich hier, ach, dann hake ich hier Pizza und hier hake dann noch Sushi und dann alle drei Sachen, weil hier kommt jetzt nämlich noch Pommes. Äh, Medium. Nein, der wollte gut durch. Alter, ich kann mir sowas nicht merken, ne? Man merkt da nicht, Alter. Weg, zack, zack. Up. Weg damit. Wir haben, glaube ich, mit 500 angefangen, ne? Jetzt haben wir 595. Okay. Jetzt war, glaube ich, noch Putzen, ne? Jetzt labern sie mich, glaube ich, zu. So, ausmachen und wie fett. Ne, fett war ja hier, glaube ich, hier drüben. Siehst du, das kommt nachher dann alles. Behälter für fett. So, jetzt war... Hier war doch eigentlich so ein Saubermacht-Ding. Was ist denn das? Wähle die Reinigungsbüsse aus dem Werkzeugmenü. Ach, die ist jetzt da drinnen. Okay. Mein Nachenkrieg muss man natürlich alles auch machen. Die hangen mich eigentlich hier. Jetzt ist es... Ah, okay. Jetzt ist es so eine kleine Kackwüste da unten. Aber schön, dass die einen Punkt in der Mitte machen, dass man weiß, da ist die Mitte. Okay, kann man nicht hier hinhängen. Okay. Wie kriege ich das nochmal weg hier? Ich glaube, ich bin besser rum. Ist auch geil. Äh, das war's. Fahrer zurück in die Stadt. Machen wir. Bin ich nicht in der Stadt? Ende voll. Ja, wie mache ich das dann weg? Wie mache ich das Messer dann weg? Ausrüsten. Ich kann die nur einmal... Einmal im Kreis. Ja. Bexel ist nicht freigeschaltet. Bist du sicher? Zurück. Dann fahren wir mal zurück in die Garage. Wir haben ein neues Auto teil. Drücke M für Standort. Verkaufzonen haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Nach Lahn. Schluss kommen... kommen überraschungsweise keine wahre Gäste. Ach, so... Schwingen die Hüfte und mach das Beste aus der Zeit, die du hast. Klientel... Ach, da gesehen... Okay, das Klientel, auf welcher Karte verkauft wird. Ah, okay. Wenn ich jetzt hier draufgehe, ist Nachtclub, ist Vorlieben, Hamburger und Fritten. Öffnen später für die ganze Nacht. Von 0 bis 23.50. Okay. Die ganze Nacht ist... So, aber. Aber, aber, aber. Wir fahren jetzt erstmal zurück. Kann ich hier mal sagen, ich möchte hier, dass er mich dann führt? Nein. Wir fahren zurück in die Garage, besuche Clara. Okay. Wir fahren erstmal zurück in die Garage. Die Garage, da ist Clara. Garage ist da links. Jo, jo, jo. Ah, komm, wir fahren... Ah, fuck. Ich bin so glücklich, mich gerade jetzt zu sehen. Ich muss immer so mit dem Wetter verstanden. Hallo, ich will Rock. Außer wenn es mir ist eh noch scheißegal, ich verdiene... oder wir verdienen eh noch kein Geld damit. Deswegen, abonniert, abonniert, macht Werbung für uns. Sagt hier Freunde, hier abonniert mal. Dann, wenn ihr mir immer vielleicht mal geht. Ich habe schon auch hier einen Verkaufsort. Oh, wenn ich an die hupt. Oh, da läuft... Oh, da bremst nochmal. Sind wir jetzt hier schon rein? Sind wir bei der Demo... Oh, das ist eine Sackgasse hier eigentlich? Fahr ich jetzt hier mal durch. Hallo? Ja, ich bin, glaube ich, hier richtig... Ich bin, glaube ich, in dem auch mehrmals... Opala? Mehrmals verfahren. Alter, das Ding hat aber auch einen Wendepunkt, Alter, wie ein Elefantenarsch. Ja, ich fahr doch. Lass mich nochmal, Alter. Ja, mach auf. Ui. So. Bau die Fritöse ein, bau den Gefrischung ein. Das machen wir jetzt noch schnell. Dein PC. Anpassung. Banner. Ah! 50 Dollar. Kaufen. Das gab es bei der Demo nämlich nicht. So. Fritöse. Die erste ist gratis. Kann man schon gucken, warum die anderen zwei hier drin sind? Prestige für niedrig. Prestige. Zu niedrig. Dein Hintergrund steht irgendwas. Ölzustand 0,4. Anzahl der Steckplätze 2. Das sind 4. Ölzustand. Ah, okay. Umso teurer, umso weniger Öl brauche ich dann. Aber 4. Oh Gott, da komme ich gar gar nicht klar. Gott. Ich bin zu alt für das Spiel. Mir gehe ich jetzt schon. Gefrischrank. Anzahl der Steckplätze 15. 10. Ja, 15. Frische Multiplikator. Okay. Ich habe jetzt eigentlich gesagt nicht so viel, so Einkaufsliste ist wahrscheinlich alles wieder kaufen. Ach du Scheiß, brauchen wir noch Zwiebeln, Pommes, Ketchup, Mario. Jetzt wird es kompliziert, Leute. Ja, es gibt Leute irgendwie. Schreibt mal bitte in den Kommentaren, wenn ihr Pommes mit Senft ist, schreibt mal mal bitte. Kriegst von Abo und Gutschein. Nein, natürlich nicht, war jetzt ein Scherz. So, haben wir alles? Bist du sicher? Ja. So, war alles grün, hol deine Bestimmung von Clara ab. Das, oh fuck, die Zeit läuft. Ähm, ich mache mal hier Stopp. Das machen wir in der nächsten Folge, weil bei mir bimmelt schon wieder Heimschlüsse vorbei. Ich wollte die eigentlich ein bisschen kürzer halten, so auf 20 Minuten. Äh, Scheiß drauf, Kroatien ist nur einmal ein Jahr, sage ich nur dazu. Äh, ja, also die Leute, die wie gesagt, äh, Demo schon gesehen haben, okay, ist jetzt nichts Neues, für alle Leute, die da zugeschaltet haben, neu dabei sind, erstmal herzlich willkommen. Lasst ein Abo da, natürlich klingelt, lasst die Glocke auch Leuten, dass ihr jedes Mal Bescheid wisst, wann die nächste Folge rauskommt, oder geht einfach auf Twitter und bei Instagram, da sind wir auch vertreten, da machen wir auch immer Infos, wann, wann, wo, weiß ich was kommt. Deswegen, nicht vergessen, ist da ein Daumen um, kannst du uns gleich loben. Tschüss Stikowski, Maranowski, bis zum nächsten Mal, euer Crazy Weasel. Bis dann. Tschööööö. Bis zum nächsten Mal.